Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Diebel Deines Tierlieben. Ja, in der heutigen Folge wollen wir uns mal schnell noch um ein paar Materialien kümmern, die wir noch nicht ausreichend zur Verfügung haben. Dazu laufen wir jetzt mal ganz schnell nach Deniz herüber. Und dann hatte ich eigentlich geplant, dass wir noch ein paar Häuschen aufbauen für Landwirtschaft oder Tierzucht, denn wir hatten ja, ich glaube, das war in der letzten Folge, den Ferch freigeschaltet, wo wir uns Schafe und Ziegen holen können. Und dazu brauchen wir natürlich Häuser und die entsprechenden Mitarbeiter dazu, die sich um die Tiere dann kümmern können. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam machen. So, aber wie gesagt, erstmal ein paar Materialien ranschaffen. Und dann bauen wir wieder ein bisschen. Also laufen wir jetzt erstmal gemeinsam wieder nach Deniz her. Und hoffen wir, dass wir da gut ankommen. Aber so weit ist es nicht und ich denke, das klappt schon. Wir können uns ja mal den Bogen schon wieder ausrüsten. Wir sehen zu, dass wir ziemlich schnell vorwärts kommen. Vielleicht muss ich auch noch mal kurz nach Rollnitzer und da auch noch mal ein bisschen was ranschaffen. Aber diese Orte liegen ja nicht so weit auseinander. Das können wir gemeinsam noch machen. So, dann stecken wir den Bogen wieder ein. Das wollen niemanden erschrecken hier. So, wo ist mein Dagobert da? Hallo Dagobert. Ich brauche mal... Genau das brauche ich von dir. Oh Gott, wie viel Geld haben wir denn? Ja, weißt du was? Das nehmen wir mit. Und... Brauchten wir noch was? Hast du noch Zwiebeln oder hatte ich dir die letztens schon alle abgekauft? Naja, die hatte ich alle abgekauft. Okay, danke schön. Denke ich auch, dass wir uns wiedersehen. Demnächst. Wir können ja mal gucken, ob hier inzwischen noch ein paar neue Leute sitzen. Und wenn ja, welche? Nö, die taugen nichts. Okay, also wir gehen noch mal schnell nach Rollnitzer. Entschuldigung, kleiner Vorsche im Hals. So, wir werden gleich noch mal ein bisschen was sammeln an Steinen und Stöcken. Damit wir auch gleich wieder was zum Verkaufen haben. Wir stellen uns wieder Messerchen her. Und die verkaufen wir gleich wieder alle. Wenn wir jetzt gerade wieder so viel Geld ausgegeben haben für Dünger und so. Dann... Ja, brauchen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Die Kräuter nehme ich mit für Dekorationszwecke. Aber das machen wir alles später. Dann machen wir unser Dorf noch ein bisschen hübsch. Gut, wir wollten Steine sammeln und keine Kräuter. So, ja, Breitwegereich ist allerdings immer wichtig. Der Gips, den gibt es hier auch recht ordentlich. Ja, man sieht das, ne? Ganz schön viel wächst hier davon. Oh, die Wegwörter nehmen wir auch mit, oh, hübsches Blümchen. So. Wir laufen mal jetzt in die Richtung hier. Also, so viele Steine hier an dieser Ecke, das ist natürlich... Wenn man hier baut und aus Stein bauen will, dann hat man hier wirklich kein Problem, Steine zu finden. Aber das ist ja auch die Stelle, an der ich schon gebaut habe, wo ich die Dorfvorstellung gemacht habe. Da gibt es ja, wie gesagt, bei mir auf dem Kanal auch noch das Video dazu. Da habe ich hier gebaut. Ich sollte aber trotzdem immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Dass wir hier keine böse Überraschung erleben, in irgendeiner Ecke. So, wie viele Steine haben wir jetzt? 58. 50. Hm. Wir nehmen mal einen Bogen in die Hand. Ist besser. Aber ich sehe jetzt hier kein Feuerchen. Nee. Manchmal leide ich hier wirklich auch schon an Verfolgungswahn. So, gut. Dann geht es jetzt auf nach Rollnitzer. Na, Häschen? Viele Häschen gibt es hier. Wo wollt ihr denn hin? Wer flüchtet vor mir, ne? So, dann machen wir uns mal schnell ein paar Messerchen, die wir jetzt mit verkaufen können. So, wo haben wir denn den guten Nadal? Ja, in der Scheune nehme ich mal, wo wir da sitzen, ne? Bist du hier, Nadal? Hi, wo ist er denn? Heute nicht an der Arbeit. Ah, da kommt er schon. Hallo, Herr Nadal. Ja, Grüße. Echt? So, dann kriegst du von mir jetzt hier erstmal die Violen. Du kriegst die zwei Weidenkörbe. Du kriegst die Steinmesser. Und von dir kriegst du das hier. Dinger nehme ich jetzt nicht. Ja, ebenso. Äh, wer sitzt hier rum? Äh, ich brauche. Hier, dich brauche ich. Komm. Ja, hallo. Ja, das hier ist gerade im Moment das beste Produkt, was ich brauchen kann. Okay. Tschüss. Tschüss. So, dann geht's zurück nach Hause. Den Dung verarbeiten. Dünger aufs Feld bringen für unsere Zwiebelchen und für den Flachs. Der ist nämlich wichtig. Den brauchen wir auch. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal löst. Aber wie gesagt, ich will nicht mehr über diesen blöden Dünger jammern, den wir in unserer Zeit immer noch selber kaufen müssen hier. Es wird irgendwann gehen. Und wenn ich halt nochmal Schweine kaufen muss. Dünger entwickeln. Dünger und La escribieren. Dünger. Dąż. Dünger. 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 Rehe, Hirsche, aber euch lasse ich jetzt erstmal in Frieden, ich muss ja jetzt nicht jagen gehen, verlangt ja auch keiner von mir, hätte ich in Rollnitzer eine Quest gehabt, nö, wie gesagt, ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr das wieder sehen wollt, wenn ich diese Nachbarschaftshilfe mache, sonst mache ich es auch wieder alleine, sollte ich sowieso bald machen, man weiß ja nie, was uns wieder erwartet, so, jetzt müsste ich was trinken und was essen, so, essen, okay, so, dann gehen wir gleich in die Scheune, verarbeiten den Düng, oder besser gesagt, das könnt ihr auch machen, ich habe ja einen Scheunknecht, aber den Dünger, den ich einstecken habe, den packen wir uns jetzt hier auf unser Zwiebelfeld, und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Häuschen bauen, so, Steine, Stöcke, Stöcke brauchen wir eigentlich nicht zum Hauspaar, aber die Steine würden wir brauchen, hm, okay, ich wollte den Dünger aufs Feld bringen, jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken hier, so, was haben wir hier, den kriegt ihr jetzt hier rein, und von dem Dünger, so, und ein Säckchen, habe ich noch ein Säckchen einstecken, nee, wie viel habt ihr hiervon noch, ähm, so wie es aussieht, gar nichts, okay, das würde bedeuten, ich brauche jetzt Leder, so, gleich mal einen ganzen Schwung hier, so, da haben die ja auch keine einfachen Säckchen gehabt, naja, dann, ist das so, so, den Zwiebelsäumen brauche ich, okay, dann packen wir uns das ganz einfache Säckchen, die fünf, und das schnappen wir uns jetzt, ja, da machen wir heute ein kleines bisschen Landwirtschaft noch, oder machen die das jetzt dort etwa auch, da, mein Feld, ich möchte mein Feld bitte schön selbst machen, ich muss nämlich auch ein bisschen leveln, jetzt hatte ich den gerade Dünger und sowas reingelegt, ne, und da geht's natürlich los, da können sie arbeiten, das Säckchen haben wir auch hergestellt, und dann, Ja, wenn wir es zu zweit machen, sind wir schneller fertig, ne? Da helfen wir heute mal. Wer bist du? Der Bogner so ein bisschen beim Feld bestellen, ne? Wir sind doch nett. So. Wie sagt man immer so schön? Viele Hände, schnelles Ende, ne? Ja, wenn wir uns hier gegenseitig helfen, ist doch sehr toll. Aha, Mädel, du läufst aber dann im Weg rum. Wo machst du jetzt weiter? Ja, genau das wollte ich nämlich. Leveln für die Landwirtschaft. Deswegen mache ich das nämlich auch. Ich denke wir würden auch mitleveln, wenn das unsere Angestellten hier machen. Na gut, so. Jetzt kommen die Zwiebeln hier drauf. Ne, das ist rote Beete. Zwiebel wollte ich. Ja, Zwiebel. Ich hoffe, die kriegen es jetzt mit dem Flachs auch noch hin. Und der Flachs geht auch nur im Frühjahr anzusehen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Getreide. Also Leinsamen, ne? Und daraus kriegt man ja aus diesen Leinengewebe und Leinengarn Bekleidung, aber auch andere Sachen, die man damit herstellen kann. Und deswegen ist der nämlich ganz wichtig. Und man verdient damit auch ordentlich Geld. Wenn man dann Leinsamen übrig hat, kann man die nämlich verkaufen und das gibt ordentlich Geld. Und das möchte ich ja erreichen. So, machst du hier auch mit? Ja. Ah, da ist das erste Säkchen kaputt. Na ja, fleißig sind sie ja. Wenn die aber eben keinen Dünger haben, dann können sie natürlich auch nichts machen. Und wenn dann noch die Werkzeuge fehlen, wie die Säkchen oder die Hacken, dann ist natürlich... Ne, die vier brauchen wir nicht. Okay, dann haben wir jetzt ein Zwiebelfeld nochmal drin. Den Flax haben sie angesehen. Das ist sehr schön. Und da hinten auch. Muss ich gleich mal gucken gehen. Äh, Moment mal. Ihr habt hier doch aber keine Zwiebeln angepflanzt. Dann muss ich ja das doch nochmal machen hier. Wie viele habe ich noch? Hier fehlen die Zwiebeln, meine Freunde. So, jetzt haben wir keine mehr. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele wir noch im Lager haben. Dann machen wir die gleich noch mit fertig. Da machen wir das Feld gleich noch fertig und dann gucken wir mal, ob wir noch ein Häuschen bauen oder ob wir das dann in der nächsten Folge machen. Da war das eben ein bisschen Landwirtschaft heute. Ja, wir haben noch... Nehmen sie mal alles mit. Ist der Flax hier drauf? Nö. Na gut, die haben ja noch einen Tag morgen. Ist doch cool. Karotten. Zwiebeln. So. Hier hatte ich öff gehört. Ich gebe... Wir haben ja noch ein paar Tage Frühling, ne. Also die haben ja noch Zeit, das alles aufs Feld zu bringen. Ja, ich weiß, ich muss mich wieder waschen. Landwirtschaft beziehungsweise Feldarbeit wird man eben nun mal dreckig, ne. So ist das halt. So, ich denke das war's. Na, vamos. Okay. So, da sammeln wir noch ein paar Steinchen auf. Und ein paar Kräuter. Und dann gucken wir mal, wo wir noch ein Häuschen aufstellen können. Und dann würde ich es für heute erstmal wieder dabei belassen. Stöcke liegen genug hier rum. Steine wären mal auch ganz recht, wenn es ginge. Aber... Na? Hier ist ein Steinchen. Okay. Ja, dann nehmen wir eben die Zweige alle mit. So. So. Ein Stöckchen. Da ist ein Stöckchen. Hier ist ein Steinchen. Hier liegen doch welche. Okay. Mhm. 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 Ja. Okay. Jetzt wird's ja auch dunkel. Ich denke im Dunkeln bauen wir jetzt nie erst noch. Ich würde es dann doch auf die nächste Folge verschieben. Dass wir in der nächsten Folge mal noch ein paar Häuschen aufbauen. Und den Pferch. Ja. So machen wir das. Dann bringen wir jetzt erstmal alles wieder rein, was wir jetzt nicht brauchen. Wir haben noch 19 mal Dünger hier. So. Was haben wir hier noch einstecken? Das Leder kann hier wieder rein. Die Stöcke packen wir hier rein. Und die Zwiebelsamen. So. Und das Säckchen erstmal weg. Die Steinhake packe ich hier rein. So. Okay. Gut. Dann gehen wir uns schnell ein bisserl frisch machen. Und hier sitzen sie wieder. Ist doch toll. Mhm. Ich setze mich gleich dazu. Wie gesagt erstmal frisch machen. Und dann trinken wir einen Schluck, und wir essen einen Happen, können wir uns den Trinkschlafer gleich wieder... So, dann setzen wir uns hier wieder zu unseren Leuten ans Feuerchen und damit soll es das für heute erst mal wieder gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, für euer Interesse, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende und die Folge kommt wohl am Ostermontag raus, wünsche ich euch noch einen schönen Ostermontag, macht es euch noch ein bisschen gemütlich mit euren Familien, mit euren Freunden, habt einen schönen Tag und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, das würde mich sehr freuen und mich würde natürlich auch sehr freuen, wenn es euch gefällt, was ich hier mache, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder ein Abo dalasst und wenn ihr wieder beim nächsten mal dabei seid. Bis dahin, alles Liebe für euch. Tschüss!